Endlich ist es soweit! Kann ich da? Gerichle ist mein Netterham! Das ist auf der Kerwa! Friss die ganzen Bratnerschaum! Feiter Kerwa! Endlich ist es soweit! Jetzt sind die fünfte Jahre seit und fertig haben sie Strasse gesperrt! Allmähde! Und zwar ist die erste Kerwa um die größte Baugrube Deutschlands herum! Die größte Baugrube? Die haben doch die neue Mitte, wollen sie doch bauen! Das Baugrube ist weg, das Citykino ist weg! So war in der Kirchwein noch nie! Du fährst mit dem Riesenrad rauf und dann kannst du nun da ins Loch schauen! Das sind ganz neue Aussichten, die man dann fortgewinnt! Das ist auch nicht schlecht! Wenn sie bestimmt die Preise erhöhen! Dann schreibt ihr ans Riesenrad hin, neuer Blick, dann kannst du 50 oder mehr! Das stimmt! Da müssen wir mal den Trillitschek mal sagen! Hätte er ja recht! Neuer Blick! Mit neuem Blick ins Nichts! Genau! Das sind die Neuigkeiten heuer! Von überall schießt das Neue wahr! Und weißt du was macht der Dölle? Der mit seinem Stand darüber so wäschig hängt! Als Dekoration! Und da bring ich jetzt mal eine ganze Altkleider die schmeiß ich nicht weg, sondern hänge ich nachts ihm rein! Und die Alte warte aber mit von dem! Genau! Weil der ist wie neu! Ja, ja! Das ist ja auch keine schlechte Idee! Und dann ist die Karawa-Eröffnung morgen früh um 10 Uhr, glaube ich! Und dann sind wir um 12 Uhr schon besoffen! Das ist schön! Treffen wir uns beim armen Ulrich! Und wo sonst? Immer noch beim armen Ulrich an der Feierwehr! Genau! Ate dann! Feiter Karawa! Ate! Bleib schön! Ate! Und da! Ate! 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 B!